mit brian you never know what's going to happen he said a deluxe place it'll be the same with money i bet he has none okay anscheinend geht es weiter mit tim after all it wasn't so bad i stink like a horse but i can handle that brian anchors up i'm not going to tolerate this anymore i'll wake him up by fire in a cannon if i have to if i had one wie wär's mit wasser okay ich probier's gleich mal ist da wasser drin i can't wash myself without water okay kein wasser pity i hope there were at least several drops inside it will be safe with me okay eine kleine kerze so install splinter might come in handy okay it's stuck tight down dann weiß ich auch nicht was ich machen kann splinter aber der ist kommt nicht oder wie jetzt okay vielleicht hiermit gut dann versuche ich mal raus zu gehen warte hier die wie sagt man pitchfork der ist es auf deutsch kannst du die hier irgendwo benutzen gut aber ihn können wir auch nicht damit aufwecken dass wir auch ganz schön böse okay dann würde ich sagen gehen wir erst mal raus okay dann können wir anscheinend nur hier direkt im stall bleiben so mein lieber wach doch bitte auf nee okay macht er anscheinend nicht was können wir denn dann machen lucky horse kann ich den damit holen sehr gut und den benutzen wir wie genau naja ja du hast es jetzt gestohlen ne vielleicht hier mit mir hier das ergibt alles wenig sinn okay was mache ich mit dem ich kann das ja nicht irgendwie verwenden zusammen okay ja wieso geht das nicht ja so loose ist er ja anscheinend nicht column die kerze ne wir können dich irgendwie nicht aufwirken kann ich mein medaillon irgendwo verwenden ne oder oder wenn ich wenn ich mit links auf ihn drauf klicke vielleicht rechts ja ja das ist doch sehr gut dann haben wir einen splitter und den stecken wir ihnen im in den hinter hä ich dachte du willst einen kleinen splitter achso ja ist es auch okay aber der spießt sich doch nicht auf der ist doch nicht so schwer dass er durch den kopf geht oder ja du wächst ihn wirklich so end of lolling about you lazy bum au ja ne ja ne ne das waren wir nicht Vielen Dank. Okay. 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 We'll do this together. Like we used to. Now you sound like the good old Tim. I knew you'd go with me. I hope that's a good decision. I don't think I don't trust you or anything, but how are you gonna do that? Robbing a vault isn't easy. You're right, pal. We'd better think everything over in detail. The plan is as follows. Well, we'll simply go there, be quiet and get in somehow. Then we'll find the vault, take all the stuff and get out easy. I see. And you call this a plan? What are you complaining about this time? Geez, Brian, wake up. This isn't like stealing apples at the market. If we get caught, we'll end up in jail. Alright, so what do you want? A plan, you dimwit. What do you think I'm talking about? Do you really think I'll do everything myself? Wait a minute. I chased up the job. You arranged the rest. That's fair, don't you think? However, I'm going with you just in case you blow it. We share 50-50, and that's just because you're my friend. I might have guessed it would end up like that. Give me the address. I'll take a look around. See? It didn't hurt. Go straight ahead, then up the street, and you'll be there in no time. It's the prestigious residential district, Paradise Street. The first house on the right. Good luck. Ah, na toll. Okay, dann schauen wir uns da mal um. Hier also. Vielleicht lässt sich ja jemand manipulieren. I was just passing by and I saw you working so hard. So I thought you might need some help. No. Go and beg somewhere else. I'm not a beggar. But as you wish. I won't obtrude. Okay. Der spricht also nicht so gerne mit uns. I don't want to run in just like that. Somebody might call the police. Ja, klar. Brian was right. Only a rich family can afford a solid gate. Gut, dann schauen wir uns die Lampe an. There could be a problem with lights at night. But I won't worry about that now. Okay. Alles klar. Modern electric lights. Only the smart set can afford such a luxury. Schön, dass wir uns das alle heutzutage oder fast alle leisten können. Zumindest in Deutschland. I don't like the fellow with the broom. I'll have to do something about him. Okay. Okay, haben wir irgendwas, was uns weiterhilft? Ich glaube eigentlich nicht. Ich denke, wir müssen einfach mit ihm... Ich kann nicht so laut gehen. Das ist klar. Okay. Äh, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Bedrohen. Bedrohen, bedrohen. Nee. Nee, das wird alles nicht funktionieren. Okay. Und du sagst, du kannst nicht mit ihm... Okay. Okay, dann... Werfen wir ihm einfach das hier an den Kopf. Nee. Nee, oder können wir sonst... Können wir ihm sagen, hier... Wir sind auch... Part of the family oder so. Hm. Nee, so wird das nichts. Okay, vielleicht... Gehe ich doch nochmal zurück... Und bespreche mich... Mit meinem Freund. Brian, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, dass ich jemanden weiß. Ich habe einen Freund, aber er war ziemlich tief. Er war so wie ein Brick Wall. Ja, ich weiß, welcher du meinst. Und du kannst du es nicht verraten. Du hast genug Geld für ihn. Oh, great. So, wie wir in den Armut? Ich weiß nicht, wie eine Maid oder so. Du hast immer noch nicht wissen, wie sich mit Mädchen zu tun. Hey, das ist nicht eine gute Idee. Ja, ja. So, komm mal. Du distrackst den Servanten, und ich stehe über die Wände. Pal, was, wenn etwas verletzt wird? Nein, keine Angst. Es wird okay. Am besten können wir nur sagen, dass wir Apfel stehlen. Komm mal, komm mal. Ja, ja. Gehe, ich werde dich in einem Moment. Ich werde dich in einem Moment. Okay. Wie du meinst. Ich hoffe, du kommst. Ja, ich arbeite für ein Banker, aber ich bin eher von Horsen. Ja, ich arbeite für ein Banker, aber ich bin eher von Horsen. Ich bin eher von 20. Ich bin eher von 20. Bei der gleichen Zeit. Aber sag mir. Du hast nie gedacht, dass du ihn nicht überraschst und mit dem Geld wegschraubst? Ich bin eher von 20. 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 Was kann ich tun? Wie kann Brian das tun? Ich habe nicht sogar drei schuldige Stolz bekommen. Er kann vielleicht mit den Boys und du kannst mit den Girls. Ja, rennen einfach so, dass er dich sieht. Ich wäre ja hier unten am Tor vorbeigegangen. Oh. Oh. Okay. Hm. Tricky. Aber kannst du dich erstmal waschen? Nee, anscheinend nicht. Ah. Ja, klar. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Was ist hier? Hm. Du kannst nicht den ganzen Tag Wein trinken. Es sieht nicht wie ein normaler Seller. Es ist eher wie eine sehr gut gestoppte Wein-Reebe. Aha. Okay. Jetzt sehe ich das auch hier. Die Wein-Reebe. Natürlich. Okay. Okay. Hm. Okay. Was ist hier noch? Achso, einfach go back. Gut. Oh oh. Ja, perfekt. Das klingt doch gut. Du hast mir gesagt, du hast mir gesagt, nicht heißes Tee zu servieren, also lasse ich es kühlen. Ich werde es inspectieren. Es gibt Probleme, wenn etwas nicht genau wie ich wünsche. Gott, oh Gott. Mhm. Wie machen wir das? Was? Hä, wieso ist die runtergefallen? Mach's nochmal. Mach's nochmal. Okay, hören wir jetzt wieder den Dialog? Nee, okay. Okay. Aber wir können sonst nichts machen. Du sagst einfach, die wäre fast runtergefallen. Aber wieso? Wieso? Das verstehe ich ja nicht. Okay. Der Tee scheint heiß zu sein, so wie sie es nicht will. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Lassen das Fenster offen. Wobei, wir können jetzt hier nichts mehr machen, glaube ich. Geh doch einfach nochmal hier unten hin, vielleicht kommt sie dann. Und hier kannst du nicht weiter, ne? Da scheint es nichts mehr zu geben. Okay, wir müssen jemanden rauslocken. Ja, dann lass die doch einfach fallen. Die Weinflasche. Wieso ist das ein Problem? Ich probiere jetzt nochmal alles aus. Ob wir irgendwas machen können. Irgendwas muss ja hier sein. Ja, und? Wo ist das Problem? Ach, das Fenster fällt runter, oder? Ah, okay. Müssen wir das aufhalten? Aber wir können jetzt hier nichts direkt machen. Okay, können wir in der Ansicht noch was machen? Hier am Fenster? Ah, window frame. Okay. It should be fixed now. Somebody's coming. What is this supposed to mean, Lisa? Yes, madam. I ordered you to bring a bottle of red wine. Why is it not here? It's impossible. I brought it. Do I really have to do everything myself? No, madam. Go for the keys and bring a new bottle immediately. Ah. But I really... Die arme Lisa. Yes, madam. The maid is going to the cellar. That suits my plan. Okay, und du wirst sie dann irgendwie kidnappen oder einfach den Schlüssel wegnehmen? Soll ich da hin und auf sie warten? I go there to pack some stuff. I leave it. Okay, ähm... Dann geht doch lieber nochmal in Deckung. Irgendwo. Kann ich nicht... ...noch irgendwas machen? Ah, du öffnest sie und trinkst jetzt. Ja, ich mag den auch. Na dann. Nastrovje. Nee, nicht Nastrovje. Okay. Hä, was ist denn dein Plan? Wenn du zu viel trinkst, ja. Das weiß ich nicht, aber du kannst ja mal im Korken riechen. Das sollte helfen. Was machst du jetzt mit dem Wein? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja gut, dann muss ich jetzt aber wieder rüber, oder nicht? Hm, okay. Ja gut, dann muss ich hier sein. Entschuldigung, Frau. Ich weiß, Sie brauchen einen neuen Stable Boy. Ich bin hier zu gehen. Nein, ich weiß nichts über ihn. Wer hat das gesagt? Ich arbeite in Stables nebenbei, und ich habe dein Junge Master gesehen. Er hat gesagt, ein paar von Skilled Hands wäre hilfreich. Wahrscheinlich mehr als ein paar, aber der Master doesn't wollen einen neuen Servanten. Ja, können wir dich weiter einrichten? Lullen? Oh no. Calm her down. Wie denn? Wie kann ich ihr helfen? Mit Meerwein? Trink was. Ja, Lucky Horseshoe. I'm a mere Stable Boy. When I see a sad girl, I immediately wonder how to cheer her up. What would you say to a Lucky Horseshoe? It brings better days. Just take it and you'll see. It works. Are you serious? I don't believe in those old yarns. Oh, you're making a mistake. A Lucky Horseshoe can change your life entirely. Hide it under your bed and you'll see. Well, thank you. But it won't solve my problem anyway. Poor, desperate thing. She definitely won't refuse a stranger's helping hand now. Oh, man. Tell me, why are you crying? I am not crying, but I'm supposed to bring wine to the old master. Yet the lock is seized up or something, and I will be chided. Can't he get it himself? No, he can't. He stays in his bed all the time because he's seriously ill. Oh, I see. And there's no other entrance to the cellar? No, there isn't. Or maybe there is, but I don't know where. Huh? How come? Well, it's said that there is a secret staircase between the master's workroom and the cellar. Allegedly, it's there so our master could stay unseen by the lady when he goes down for a while. He's really fond of drinking, but the doctor set him a strict limit. One glass a day. That's interesting. So you don't know where exactly it is? No, I don't. And I can't go upstairs anyway, even if I knew it. Such a trivial matter isn't worth the upset. Show me the key and I'll help you. I'm not sure. I don't know you. What do you mean? I'm your new stable boy, am I not? You're a joker. Yes, yes. Take them, but quickly, so that nobody sees you. Ach ja, wir helfen dir natürlich. Vielen Dank. So, dann nehmen wir jetzt wahrscheinlich den Quark wieder raus. Korken rausziehen? Irgendwie? Ja, was... Was ist denn dein Plan jetzt? Ist da irgendwo noch der Quark noch zu sehen? Nee, ne? Okay. Nee, sie ist... Okay, sie geht nicht weg. Ich kann's nicht tun. Ich lasse es, um zu gehen. Hm. Hier, Wein. Frisch geholt. Okay, das hilft irgendwie alles nicht. Okay, wo ist der doofe Quark jetzt hin? I don't get it. Okay, gibt's hier... Noch irgendwas? Nur die Tür und sie... Wir gehen einfach... Ah! Okay. 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 Okay.